Moment, hier hätten wir halten müssen, ne? Nein! Das war Boppert Hauptbahnhof. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, dass wir Boppert halten. Also ich habe das Thema gesagt. Profi, ne? Eine Tür. Wir stehen im Bahnhof. Müsste er sogar noch akzeptieren, oder? Joa, kann man mal machen. Heute ohne Halte in Boppert, würde ich eigentlich sagen. Alter!